So liebe Leute, jetzt bin ich hier bei McDonalds. Es ist noch... Es ist nur 1.30 Uhr glaube ich oder sowas. Jedenfalls kann man noch Frühstück benötigt bestellen. Also habe ich schnell noch hierher Pause gemacht. Nach dem Rastplatz, wo wir dann die Dinger gefunden haben, diese von der Geisterbahn, diese LKWs da. Gut, und dann hat noch da mein Kumpel, Fan Johannes Pondek, angerufen. Der ruft nochmal bei den Lutus an und sagt noch Bescheid nochmal, dass wir kommen. Das ist Johannes Pondek, der Fan, Freund, Kumpel. Die haben wir schon in der letzten Woche angerufen, Freitag, bis wir kommen. Nur zur Erinnerung, dass wir unterwegs sind. Erst nach Dermbach, zum alten Platz und dann zu Lutus selber. Und dann nach Wester, ähm, zum Michel-Undersackers, am Stilbadis. Johannes macht's telefonisch, ruft da an und sagt Bescheid, dass wir unterwegs sind. Und jetzt habe ich erstmal hier, wo darf man die Bestellung, wo ich hier bringend gebracht wird hier. Ja, wenn immer Frühstück muss sein. Oder nichts zu essen. Nur gefahren. Auch da drei sind wir wie unterwegs. Und letztes Mal was anderer Richtung. Letztes Mal, vor vier Jahren, hat's das Auto uns, äh, das Lärmik woanders rumgelotst. Andere Autobahnen. Weil durch Frankfurt glaube ich nicht. Also, ja, egal. Ich glaube, ich mach mal näher auf der A7 drauf. So, keine Ahnung. Irgendwas anders gefühlt. Jo, jetzt was machen wir mit Essen. Mach mal ein Frühstück. Hab Hunger. Gebracht. Bedingung ist ja so nett. Das ist mein Kakao mit extra Schlagsahne. Dann hier ein Keks, ein Muffin. Und dann habe ich hier das. Und das hier noch. Bestellen. Und jetzt wünsche ich uns alle einen schönen guten Appetit. Anser Frühstück. Das ist das wichtigste Mal am Tag. Das Frühstück. Bis so genau. Danach geht die Reise weiter. Viertel nach Dernbach. Der Taliban. Der Taliban. der Faust hier. Der defend Stacht. der Faust. Vielleicht ist das für Dur whistle焦.